Die 10. Etappe der Ready Dakar 2012 ist die letzte dieses Jahr, die vom Start bis ins Ziel in Chile stattfindet. Auf dem Programm sind heute 377 Kilometer Spezialetappe, über Dünen und weite Zonen von Feshfesh, dem hier typischen feinen Sand, der sich in jeder Fuge festsetzt. Was die Gesamtwertung angeht, liegen bislang zwei Franzosen vorne. Stéphane Péterenzel führt bei den Geländewagen und Cyril Dupré liegt bei den Motorrädern, 2 Minuten und 28 Sekunden vor seinem Rivalen Marc Coma. Dupré und Coma herrschen in ihrer Kategorie schon seit dem Start in Mar del Plata unangefochten. Die zwei Teamkollegen haben dieses Jahr bis auf zwei Etappen, von Francisco Lopez und Hélder Rodriguez gewonnen, alle davongetragen. Auch heute wird ein packender Kampf erwartet, doch die beiden Spitzenreiter verfahren sich nach 161 Kilometern und verlieren einige Minuten Zeit. Davon profitieren dann natürlich die Verfolger. Und allen voran Joan Barre d'Abbord. Er ist unbestreitbar der vielversprechendste Neuling dieser Ausgabe. Immer auf den Ehrenplätzen, doch nie ganz vorne, fährt der junge Spanier trotz einer nach 35 Kilometern zugetogenen Fußverletzung ein sehr starkes Rennen. Er trägt die Etappe nach 4 Stunden, 18 Minuten und 43 Sekunden davon. Knapp anderthalb Minuten danach folgt Marc Coma. Cyril Dupré fährt mit einem Rückstand von 3 Minuten und 39 Sekunden auf den Tagessieger ins Ziel. Nachdem Joan Barre d'Abbord dreimal unter die ersten 5 gefahren ist, ist dies der erste Etappensieg seiner noch jungen Karriere. Doch mit dem Spanier wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall zu rechnen sein. In der Gesamtwertung liegt Dupré weiter vor Coma. Doch nur noch 21 Sekunden trennen die beiden Titelanwärter. Bei den Geländewagen hat es für Robbie Gordon gar nicht gut angefangen. Die Rennkommissare haben gestern Abend festgestellt, dass sein Hammer mit der Nummer 303 nicht konform ist. Und der Amerikaner ist umgehend disqualifiziert worden. Gordon hat natürlich Einspruch erhoben und kann demnach heute doch an den Start. Die Entscheidung wird wohl auf dem grünen Teppich getroffen. Das Rennen wird weiter vom Duell zwischen den Minis und den Hammern bestimmt. Gordon und Peter Ancel liefern sich einen erbitterten Kampf. Sie überholen sich mehrmals gegenseitig an der Rennspitze, bevor Gordon einen Fahrfehler begeht und die Vorderseite seines Wagens beschädigt. Für Peter Ancel ist das natürlich die Gelegenheit, seine Führung in der Gesamtwertung auszubauen. Doch da hat ein weiterer Mini, der des Spaniers Nani Roma, noch ein Wort mitzureden. Schon seit der ersten Etappe ist Roma immer regelmäßig vorne mit dabei. Er zeigt sich heute am starksten und trägt seinen fünften Etappensieg bei einer Rallye Dakar davon. Dank Gordons und Holovics Missgeschick schafft er es sogar, auf den zweiten Platz der Gesamtwertung vorzufahren. Und die wird immer noch von Stéphane Peter Ancel angeführt. Mit 19 Minuten Vorsprung vor dem zweiten Nani Roma kann der schon das Träumen anfangen.